Meine Damen, lange bevor mein Stern über dieser Stadt aufging, lebte ich in den dürftigsten Verhältnissen mit einer von ihnen, meine Damen. Und auch wenn ich heute Mackie Messer bin, so werde ich doch niemals im Glück die Gefährdung der dunkelsten Tage vergessen, vor allem Jenny, die mir die Liebste war unter dem Mädchen. Zu jener Zeit, die längst vergangen ist, war er mein Freund, ich war ein jünger Typ. Denn wovon liebt der Mensch, in dem er störtlich, der Mensch peinigt aus, ihm anfängt aber so fest, nur dadurch steht der Mensch. Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern, wer säße nicht sehr gern in seinem Licht. Der Mensch geht nur von diesem Tag ein. Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? sagt es Kartier CONSEolt der Mensch